Und was möchtest du trinken? Was habt ihr denn da? Ich guck mal. Wir haben Wasser, Orangendift, Springer und Malibu. Nehm ich tatsächlich einfach nur Wasser. Und? Bist du eigentlich noch in deinem Abi dran? Joa... Läuft nicht? Naja... Naja, ich komm halt so durch, aber... Ich weiß nicht wirklich, was ich damit anstellen soll. Oder eher gesagt, was ich mit mir anstellen soll. Ja, natürlich. Es bringt es einem, wenn man alles hat, aber nichts damit anzufangen weiß. True. Das suckt so hart. Aber... Hast du eigentlich schon eine Idee, wo es hingehen soll? Ich geh zur Bundeswehr und mal gucken, dass da was wird. Ah, nice. Kannst du mal das orangene Licht ausmachen? Welches orangene Licht? Welches orangene Licht, Tim? Übrigens, ich hab vor ner Zeit ne ganz nette kennengelernt. Wie sieht's denn eigentlich in deinem Liebesleben aus? Naja... Nicht so dolle. Warum das? Ich lerne halt niemanden kennen. Ich lerne halt niemanden kennen. Und... Du weißt ja, ich bin jetzt nicht unbedingt der Partygänger. Hast du übrigens... Was meintest du vorhin eigentlich mit dem orangenen Licht? Hast du eigentlich schon ne Wohnung gefunden? Wir sind ja gerade echt teuer. Und das wird in Sicherheit noch schlimmer durch die Klimakrise und den Krieg. Denkst du, du bist im Ganzen gewachsen? theoretically sogar nur von einem praktischenорошigen Weg mit dem entsprechenden Weg und den онchenRight haben. Ich baße ihn gut, nebenher sie gut hierherяnen. Fische große Sturmans mit natürlich mit, hücheln restauration. Wir waren dieolesentrolle! Und das war ja erlich bei mir am besten, hat immer nur von Sch ports fliegel pick und weiß doch den Reifeln vor konnte. Das war ja viel zur Schule, der Bible trafikieren sich. Aber dann habt ihr mit dabei, oder? Untertitelung des ZDF, 2020